Russland setzt seine Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur fort und auch im Donbass gibt es wieder heftige Kämpfe. Herr Kujat, wo stehen wir denn momentan? Sind die Ukrainer schon an dem Punkt angekommen, dass sie nicht mehr viel machen können oder haben sie noch genug Mittel, um den Russen Druck zu machen? Das Entscheidende ist, dass wir in der Tat eine gewisse Paz-Situation haben, wie sie oft ja in einem solchen Krieg entsteht. Und das ist immer eine Situation, die man nutzen muss, um das Ganze auch zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Und die G7 tagen ja, und das wäre eigentlich eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob man die bisherige Kriegsführungspolitik nicht ergänzen sollte durch eine Friedenspolitik. Und das bedeutet, dass man versuchen sollte, diesen Krieg durch Verhandlungen zu einem Ende zu bringen. Die Ukraine, die steht vor einem ziemlich harten Winter. Auch für die Soldaten könnte es da schwieriger werden. Was ist denn jetzt noch vor diesen kalten Monaten besonders wichtig für die Ukrainer zu erreichen? Ja, die Ukraine hat ja versucht, durch Offensiven im Norden wie im Süden auch, gerade vor Einbruch des Winters, noch Erfolge, größere Erfolge zu erzielen. Das hätte natürlich die Situation deutlich verbessert für die Ukraine. Und natürlich haben sie punktuell auch die russischen Streitkräfte in Schwierigkeiten gebracht. Aber sie haben keinen durchschlagenden Erfolg erzielt. Und ich sehe auch nicht, dass das in den nächsten Wochen und gerade im bevorstehenden Winter der Fall sein wird. Also es wird sozusagen jetzt zunächst mal eine Art Sitzkrieg eintreten. Vielleicht noch hier und da Vorschüsse von ukrainischer Seite. Aber die sind lokal, maximal regional und werden das Gesamtbild nicht verändern. Auch der österreichische Oberst Markus Reisner, der hat jetzt gesagt, dass die bisherigen Erfolge der Ukraine nur Siege nach Punkten gewesen sein. Und man, um Russland wirklich zum Zusammenbruch zu bringen, man auch deutlich mehr bräuchte beispielsweise tausende russische Kriegsgefangene. Wie sehen Sie das? Was muss auf dem Kriegsfeld genau geschehen, damit die Ukraine das auch gewinnen kann? Ich kann nur sagen, die Ukraine muss versuchen, das, was sie bisher erreicht hat, zu konsolidieren. Auf der anderen Seite werden die russischen Streitkräfte genau das Gleiche tun. Das ist ja das Ziel dieser Teilmobilmachung. Das wird ja im Westen immer so dargestellt, als würde Russland auf dem letzten Loch pfeifen. Nein, diese Teilmobilmachung dient dazu, diese 300.000 Mann, das, was Russland erobert hat in den letzten Monaten, zu halten, zu konsolidieren über den Winter. Das ist das entscheidende Ziel dabei. Und ich denke auch einmal, dass Russland dieses Ziel erreichen wird. Wir sehen ja momentan viele Schläge auf beiden Seiten. Sie haben beim letzten Mal in unserem Gespräch davor gewarnt, dass es zu einer Eskalationsspirale nicht kommen darf. Aber ist das nicht auch irgendwo die traurige Wahrheit im Krieg, dass man gegenseitig so viele Schläge erzielt, bis es dann mal irgendwann wirklich zu Verhandlungen kommt? Nein, das ist es eigentlich nicht. Das Problem bei einer Eskalation ist, dass die Gewalt immer größer wird. Und so steigert sich eben diese Gewalt, wie Klausowitz sagt, bis zum Äußersten. Und das Problem in diesem Krieg ist eben, dass wir es mit einer Nuklearmacht zu tun haben. Also das Äußerste könnte in diesem Fall bedeuten, dass dann doch irgendwann einmal die Sicherung durchbricht, brennt und tatsächlich jemand über den Einsatz von Nuklearwaffen nachdenkt. Deshalb ist es wichtig, dass man eingreift in diese Eskalationsspirale und sie zunächst zum Anhalten bringt. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht sozusagen einen Friedensschluss, der von heute auf morgen erfolgt, aber die Eskalationsspirale zum Anhalten bringt, über einen Waffenschild dann zu sprechen. Und wenn dieser tragfähig ist, dann auch zu einem Zufriedensverhandlungen zu kommen. Glauben Sie denn, dass der Zeitpunkt dafür jetzt schon gekommen ist? Weil Russland hat ja auch noch nicht deutlich erklärt zumindest, dass sie von ihren bisherigen Kriegszielen abrücken. Naja, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was man als Gewinn eines Krieges bezeichnet. Ein Krieg gewinnt man dann, wenn man seine politischen Ziele erreicht, deretwegen man diesen Krieg führt. Wenn Sie das als Maßstab nehmen, dann wird niemand den Krieg gewinnen. Weder Russland noch die Vereinigten Staaten und schon gar nicht die Ukraine. Das andere ist ein militärischer Sieg. Ein Sieg auf dem Schlachtfeld sozusagen. Dazu muss ein Land nicht vollständig besetzt werden, nicht vollständig eingenommen werden. Also Russland könnte durchaus sagen, wenn Sie das, was Sie jetzt erobert haben und das, wenn das in etwa dem entspricht, was auch im Minz-II-Abkommen sozusagen als Autonomie vorgesehen war, wenn Sie das erreicht haben, könnten Sie sagen, wir haben das Ende unserer militärischen Spezialoperation erreicht. Und dann wird sozusagen das Ganze umgekehrt. Und dann ist die Frage, wie verhält sich jetzt die Ukraine? Wie verhält sich der Westen? Führen wir weiter Krieg oder nutzen wir die Gelegenheit, um zu einem Modus wie Wendy mit Russland zu kommen? Und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Putin hat ja gerade in den letzten Wochen mehrfach erklärt, dass Friedensverhandlungen ja geführt wurden bis Ende März, die dann auf Druck des Westens von der Ukraine nicht fortgesetzt wurden. Und er hat angeboten, diese Verhandlungen fortzuführen. Und wenn das stimmt, was man in amerikanischen und ukrainischen Medien liest, dann haben die Ergebnisse, waren diese Ergebnisse gar nicht so schlecht für die Ukraine. Also man könnte dort durchaus dort wieder ansetzen. Ich glaube, ein Waffenstillstand ist das, was am Ende alle erreichen wollen. Die Frage ist nur, wie kommt man da wirklich hin? Es ist ja so, dass Russland mehrere Gebiete annektiert hat. Ich gehe davon aus, dass die Ukrainer diese Gebiete nicht abgeben wollen an Russland. Die Frage ist ja, da braucht es dann nicht trotzdem noch in einem ersten Schritt vielleicht auch mehr Waffen und auch vielleicht Kampfpanzer, um diese Gebiete zumindest zurückzuerobern, um eine andere Verhandlungsgrundlage mit Russland zu haben. Ja, das ist immer das Argument. Also zunächst mal hieß es, man kann, Russland will ja gar nicht verhandeln. Das ist ja nun widerlegt. Dann heißt es, mit Russland kann man nicht verhandeln. Das ist nun auch widerlegt, denn die Ukraine hat ja mit Russland verhandelt und zwar sehr, sehr erfolgreich verhandelt. So, und jetzt heißt es, ja, wir müssen sozusagen die Russland besiegen, in der Ukraine besiegen, um dann zu verhandeln. Ja, dann braucht man eigentlich nicht mehr zu verhandeln. Diese Aussicht auf einen totalen Sieg über Russland, das ist völlig ausgeschlossen. Man kann eine Nuklearmacht nicht besiegen. Eine diplomatische Lösung in der Ukraine hat man ja jetzt zumindest erzielt mit Blick auf das Getreideabkommen. Da hat sich die Türkei auch als Mittler bewiesen und gezeigt, dass Gespräche am Ende auch zu etwas führen können. Der türkische Präsident behauptet jetzt aber auch, dass Olaf Scholz genau nach dieser Rückkehr zum Getreideabkommen Russlands seine Meinung ein bisschen geändert habe. Und er sagen würde, dass man eine gemeinsame Basis mit Putin bräuchte. Was bedeutet gemeinsame Basis? Wie verstehen Sie das? Nun, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Deutschland keine Vermittlerrolle einnehmen kann. Und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass nicht nur Russland und die Ukraine zu einem Ergebnis kommen können. Die Ukraine muss natürlich beteiligt sein. Es müssen auch die ukrainischen Interessen gewahrt sein. Aber die eigentlichen Hauptakteure sind ja Russland und die Vereinigten Staaten. Also wenn es tatsächlich so ist, was ich bisher nicht sehen kann, aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass der Bundeskanzler eher nun auch mehr zu einem dualen Ansatz neigt, nämlich ja, Hilfe für die Ukraine in der Verteidigung, aber parallel dazu auch die Suche nach Frieden und nach Sicherheit. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, der Ukraine-Krieg ist ja nicht nur ein Problem an sich für die Menschen dort, sondern der Ausgang dieses Krieges bestimmt natürlich auch, wie die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung einmal aussehen wird, wo die Ukraine ihren Platz in dieser Sicherheitsarchitektur haben wird. Also wenn das der Fall sein sollte, dann sollte der Bundeskanzler unbedingt vor dem G20-Gipfel in Bali mit dem amerikanischen Präsidenten sprechen und wenn er Erfolg haben will, vielleicht auch vorher noch den französischen Präsidenten mit einbinden. Und beide gemeinsam sollten versuchen, Präsident Biden dazu zu bewegen, mit Putin zusammenzutreffen. Denn ich höre, dass Präsident Biden zögerlich ist, überhaupt ein bilaterales Gespräch mit Putin zu führen. Ich würde es als eine vertane Chance ansehen, wenn er das nicht hätte. Also das ist eigentlich, Scholz sollte sich als den Hebel verstehen, der die Dinge in Bewegung setzt. Aber letzten Endes müssen Putin und Biden miteinander reden. Herr Kuiat, lassen Sie uns über China sprechen. China ist ein Land, was momentan zumindest Russland noch Rückendeckung gibt. Jetzt hat gestern der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil gesagt, dass er auch mit einer Gefahr aus China rechnet, dass es in den nächsten Jahren zu einem Angriff auf Taiwan kommen könnte. China ist auch ein Partner Russlands. Die Frage ist nur, was für eine Rolle spielt China jetzt in diesem Krieg in der Ukraine? Was für eine Rolle kommt denen da genau zu? China arbeitet zwar sehr eng mit Russland zusammen, ist aber in der Ukraine-Frage durchaus moderat. Das muss man, glaube ich, unterstreichen. Was die Frage, die immer wieder hochkommt, eines möglichen Angriffs Chinas auf Taiwan betrifft, da hat der chinesische Parteichef und Präsident gesagt, auch auf diesem Parteitag, dass man zwar versuchen werde, die Vereinigung friedlich herbeizuführen, dass man aber Gewalt eben nicht ausschließen werde. Das heißt, das kann man ja nicht anders interpretieren, als dass China bereit ist, auch mit militärischen Mitteln die Eingliederung Taiwans vorzunehmen. Aber das ist ja nicht das Ziel. Sie wollen ja nicht Taiwan zerstören, sondern sie wollen Taiwan so wie es ist, mit allen positiven Aspekten natürlich in das Land, das größere China integrieren. Das heißt, sie müssen über die militärischen Fähigkeiten verfügen, das zu besetzen. Und dazu fehlen ihnen im Augenblick noch die nötige Zahl amphibischer Kräfte, die man für einen solchen Einsatz braucht. Aber es ist richtig, dass in den nächsten Jahren China über diese Kräfte verfügen wird. Ich will da keine genaue Schätzung abgeben, aber es gibt Experten, die sagen, das wird bis 2027 der Fall sein, 26 oder 27. Und ich denke, das ist eine realistische Schätzung. Das bedeutet also, dass man versuchen muss, im Vorfeld, damit diese Situation nicht eintritt, nämlich entsprechende politische Maßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern. Also wir haben Zeit, aber wir müssen wissen, dass China die Absicht hat, das zu tun und dass China in wenigen Jahren auch die Fähigkeit haben wird, um dieses Ziel durchzusetzen. Wie genau guckt China denn jetzt auf diesen Krieg in der Ukraine und vor allem auch darauf, was Putin dort erreicht? Das ist natürlich für China insofern interessant, weil es sich hier um einen sehr engen Verbündeten hat. Aber China nutzt eigentlich mehr die Situation, die jetzt entstanden ist. Wir haben ja eine Rivalität schon seit Jahren zwischen den großen Mächten China, Russland und den Vereinigten Staaten. Und was sich jetzt abzeichnet, ist eine starke Blockbildung. Und zwar China und Russland auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Vereinigten Staaten. Und wir haben gesehen, Ende Juni auf dem NATO-Gipfel hat auch die NATO sich sozusagen eingegliedert in den westlichen Block. Es geht aber in erster Linie darum, dass die Europäer zu einem engeren Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten gegenüber China kommen. Deshalb ja auch diese plötzlich aufplackernde Diskussion, sich wie bei Russland, sich aus der Abhängigkeit von China zu lösen. Also diese beide Blöcke versuchen natürlich durch Allianzen, Verbündete und Partner ihren eigenen Block zu stärken. China tut das auch. Die sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben doch einen erheblichen Zulauf inzwischen auch von Interessenten, die dieser Gruppe beitreten wollen. Und daneben gibt es die sogenannten Shanghai-Kooperationsorganisationen, auch mit sehr vielen Staaten, die nun diese beiden Blöcke schließen sich auch immer enger zusammen. Und wenn wir sehen, dass zum Beispiel ein so wichtiges Land auch für die Energieversorgung wie Saudi-Arabien eine Annäherung an diesen Block sucht, dann sollte man schon überlegen, ob das tatsächlich auch in unserem Sinn ist, dass hier eine neue Konfrontation entsteht von zwei Blöcken und von zwei sehr starken Blöcken. Das sind nicht mehr dann die beiden Blöcke in Europa, wie wir sie im Kalten Krieg erlebt haben, sondern das sind zwei große Blöcke, globale Blöcke. Und global heißt in diesem Fall, dass es enorme Auswirkungen hat, politisch, wirtschaftlich, technologisch, aber auch militärisch. Jetzt reist Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ja nach China. Was für eine Botschaft erwarten Sie da von ihm direkt an China mit Blick auf die Ukraine? Na, der Bundeskanzler hat ja eine sehr vorsichtige Politik gegenüber China jetzt betrieben. Ich hoffe, dass er diese vorsichtige, ich will einmal sagen, diese überlegte, vernünftige Politik fortsetzt. Das bedeutet, dass wir natürlich stärker unsere Interessen gegenüber China durchsetzen müssen. Wir müssen natürlich realisieren, dass also beispielsweise mit dieser neuen Seidensstraße natürlich auch ein politischer, ganz starker politischer Zweck verfolgt wird, nämlich Einfluss zu nehmen. Aber ich denke, wir sind durchaus in der Lage, ich würde fast sagen manns genug, um unsere Interessen auch vertreten zu können. Es gibt eine deutliche Schieflage zwischen den Möglichkeiten chinesischer Firmen oder auch der chinesischer Aufkäufe in Europa und der Möglichkeit beispielsweise deutscher mittelständischer Firmen in China Fuß zu fassen. Das wird unglaublich erschwert, aber es gilt eben, hier sozusagen auf Augenhöhe mit den Chinesen zu verhandeln. Auch in den Fällen, in denen die deutschen Interessen nicht durchgesetzt werden können, zu sagen, dann machen wir das eben nicht. Aber was man nicht tun kann, ist nun abrupt die Verbindungen zu China, die ja ganz wichtig für uns in der Vergangenheit waren. Das ist ein Teil auch der Globalisierung, die zu einem großen Vorteil für deutsche Firmen, für die deutsche Wirtschaft, aber damit auch für die deutsche Bevölkerung erreicht hat. Das nur radikal abzubrechen, das halte ich für töricht, aber ich glaube auch nicht, dass das die Absicht des Bundeskanzlers ist. Ganz herzlichen Dank, Herr Kujat, dass Sie heute bei uns waren. Gerne. Vielen Dank.